Yo Leute, was geht ab? Ich bin euer MBK und da war euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Und heute dabei ist der Kid Mavi. Was geht ab, meine Brüder? Hallo, der Galaxy Skin. Alter, was ist denn das? Schönen guten Abend, liebe Leute. Und der liebe Schmock ist auch mal dabei. Ich grüße euch. Wir spielen eine Runde Smash. Wie das funktioniert, kommt jetzt zum Erklärungspart. Eigentlich ist Fortnite Smash ganz simpel. Jede Person hat drei Leben und es gibt einen Game Master, der ganze Zeit Items vom Himmel droppt. Die Person, die am Schluss am meisten Leben hat, hat gewonnen und wir spielen ein Best of Three. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Hau da rein. Tschüss. So Leute, seid ihr ready? Würde ich mal sagen. Achmed, du bleibst oben. Ja, von mir aus. Und wir gehen runter in die Base und warten auf dein Kommando, Alter. Let's go. Dann geht's jetzt los, Alter. Auf geht's. Let's go, Alter. Die ersten Items fallen schon. Genau, die Items kommen halt von dem Himmel, also von dem Game Master runtergeschmissen, vom Achmed. Von dem Himmel. Oh shit, ich wollte es gerade holen. Genau, let's go, Alter. Oh, ein Grappler. Oh, oh mein Gott. Ich bin, oh mein Gott, ich bin gerade direkt fast runtergefallen. Ey, liegt einfach ein Grappler. Keiner nimmt den, Alter. Oh shit, shit, shit. So, let's go. Und denk dran, jeder hat drei Leben, ne? Oh shit. So, Alter, erstmal die Lukas. Nein, nein. Komm ran. Oh, Schmocki, was ist los mit dir? Komm ran. Hä? Nein, ich war runter. Oh mein Gott, ich war von der Lukas. Ich hab echt Lukas gekillt. Ich hab mich selber gekillt. Oh, Schmocki ist auch schon tot. Ey, ich bin der Einzige mit drei Leben nur noch. So, ihr beide seid jetzt einmal gestorben. Ich hab noch drei Leben, so. Let's go, oder? Okay, Junge. Fette Lasum, komm. Jetzt reicht's. Let's go. Oder ich bin noch full live. Was ist los mit dir? Oh, shit, oh, shit. Hau ran. Ah. Jetzt kommt die fette Lange. Oh mein Gott, ich hab noch 20 HP. Let's go. Oh, shit. Let's go. Was ist denn los? Hast du dich selbst getötet? Nee, nee. Irgendwer hat mich getötet. Oh mein Gott. Ich war da safe mit mein Ding ab. Komm ran hier, komm ran. Oh mein Gott. Wo bist du hin? Aber ist es noch full live? Bist du noch full live? Nein, deswegen wundert mich, dass du nicht zuschlägst. Schmocki, du bist wieder tot? Oh mein Gott, oh mein Gott, Leute. Unser erstes Leben ist weg. So, guten Tag. Wieder direkt runter und. Oh, direkt eine Stinkbombe. Krieg ich eigentlich selber denn jetzt schon Stinkbombe? Nee, oder? Äh, doch. Ich glaube nicht. Doch, kriegst du. Echt so? Oh, und Schmocki. Doch, tatsächlich krieg ich. Komm ran hier, Alter. Komm ran. Komm ran. Alter, alle nur mit den Granaten abschmeißen. Dann tötet ihr euch jetzt auch mit den Granaten. Oh mein Gott, mein zweites Leben. Leute. Nein. Okay, let's go respawn, dass sie wieder oben sind. Oh mein Gott, mit der Haftgranate? Ja. Du tötest Bock mit den Haftgranaten. Bruder, dann tötte ich dich auch mit den Haftgranaten, Alter. Ja. Oh mein Gott, ich bin gerade fast gestorben. Bist du gestorben? Nein. Aber du bist tot. Oh mein Gott, du bist tot. Oh mein Gott, ich bin tot. Das war mein letztes Leben. Aber Leute, wir haben eine Spectator-Plattform. Von da kann ich jetzt zugucken, wie die beiden sich verhalten. Hä? Ich bin tot. Ach, du bist auch schon tot. Ich bin dreimal. Als erstes tot. Oh mein Gott. Okay, Lukas hat die erste Runde gewonnen. Alter, Schäme. Ja, Jungs. Ich würde sagen, komm ich jetzt mal. So, Leute. Ich würde sagen, wir sind jetzt auch in der zweiten Runde angekommen. Diesmal ist der Game Master von Schmocki gespielt. Schmocki, bist du ready? Bist du ready? Okay, dann geht's auf dein Go. Geht's los. Items werden gedroppt. Okay, let's go. Ich glaube, ihr könnt nicht verstanden mit den Kidmen. Ich glaube, ich war als erstes hier. Jungs, hau mal rein. Komm ran an Meter, Alter. Was ist los? Au. Alter, so Zentimeter Kopf. Und äh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich dachte, ich bin direkt runtergefallen. Jetzt fliegt es aber runter. Oh, oh Junge. Oder? Oh mein Gott. Kidman hat dein erstes Leben, oder? Kidman ist erstes Leben, ist weg. Komm ran, Lukas. Du kannst auch noch items schmeißen. Oh mein Gott. Auch noch items schmeißen, ne? Ich bin hier. Komm ran. Ich komme halt nicht. Ich komme halt nicht auf den Boden, ne? Ja, komm ran hier, Alter. Komm. Geh, 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 kippen. Nein, 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 nein. Das erste Leben. 3, 2, 2, Lukas hat auch noch 3 Leben. Aber das Kränke wird schnell geändert, Alter. Nein, 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 nein. Nein, nein, er kriegt zwei Büsche. Oh mein zweiter. Komm ran, wo leust du? Bist du low life, oder was? Äh. Boah, dann schmeiß dich halt mit den Haftgranaten runter. Äh, mit den Pulsgranaten. Nein, 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 nein. Hau rein. Hilf. Oh mein Gott, ich bin wirklich gerettet. Ja, Lukas, auch Lukas. Komm ran. Hau dich hier rum, fliegst du. Hey, du stirbst einfach nicht, oder? Doch, wenn ich komme. Let's go. Oh mein Gott, ich bin, oh mein Gott, ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Lukas tiltet gerade alle. Kindle, du hast auch noch ein Leben, oder? Ja, ja, noch ein Leben. 3-1, wenn Lukas die zweite Runde wieder gewinnt, ne? Aber. Ich hab, ich hab drei Büsche. Ich hab drei Büsche. Warte mal, Achmed, Achmed. Äh, was bringen die Büsche? Hä, Bruder, weißt du nicht? Nein. Das haben wir doch gerade eben erklärt. Ich hab nicht zugehört. Oh mein Gott, er hält mir so ein eigenes Format nicht zu. Was? Wenn du drei Bücher einsammelst, Digga. Dann hast du deine ultimative Fähigkeit, und dann wirfst Schmocky C4 über das ganze Feld. Oh mein Gott, was? Jungs, ich hatte die ganze Zeit zwei. Geh auf Lukas, oh mein Gott. Oh, der hat Dynamit. Oh, klar, Bruder, er kennt das nicht. Oh mein Gott. Komm, Schmocky, du hast Dynamit auf ihn. Oh mein Gott, Alter, was geht ab? Oh mein Gott, Kidman, oh nein, schade. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, der hat was. Geh auf ihn, geh auf Lukas, geh auf Lukas. Oh mein Gott, ich hab wieder ein Neubrück. Oh mein Gott, ich hab wieder fast nicht drauf. Wieder Dynamit. Ne, ne, ich hab nur einen, ich brauch drei. Lukas, bleib doch mal hier, Alter, was ist los mit dem? Die Pappe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, ich bin raus, ich bin jetzt Zuschauer. Okay, ich hab nur noch ein einziges Leben. Hol den Win, Alter, ne? Okay, bin wieder back. Let's go, Kidman. Oh, wir haben ein kleines Loch in der Map, also mit Challenge jetzt. Let's go. Guck mal, Lukas ist ganz sehr defensiv. Lukas wartet die ganze Zeit auf iTunes und greift dann von hinten an. Was, der labert, der Junge? Nicht. Let's go, Kidman. Setz alles auf dich, Bruder. Digga, was will der? Komm her, du verkackst sowieso. Hau ab, Alter. Das ist ein Busch. Das ist ein Busch. Ich weiß nicht, was das so cool ist. Oh mein Gott. Weißt das, Lukas? Du kannst genauso gut sterben. Oh, jetzt hab ich diesen Scheiß-Kleiter wieder. Nein. Nö. Noch ein Busch, Junge, und dann hab ich dich. Ich frag, wir wollen das mal ein bisschen verfeinern, oder was? Leute, es gibt jetzt zwei Game Master, ich komm mit rein. Oh mein Gott. Let's go. Ich hab noch ein Busch. Die Stinkranate ist der letzte Busch. Ich war grad sagen, es gibt keine Busch mehr. Oh mein Gott, nein, die Kapitänität nicht umsetzen. Hat Lukas schon wieder... Oh mein Gott. Du kannst drei Mal gewinnen. Du bist der Smash-Kleiter. Du bist der Smash-Kleiter. Wer will mich ruhig, der Bär? Nein. Egal, gewonnen. Oder warte mal, ich hab jetzt gewonnen die komplette Runde, oder? Du hast die komplette Runde gewonnen. Du hast jetzt zweimal gewonnen. Also Best of Three, du hast zweimal gewonnen. Das war es auch schon mit dem Video. Leider hat deine Liebe erwartet. Ey, ich die gewonnen. Und ich bin direkt als erst gestorben. Zweimal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Leute. Ich würde mich über positive Bewertungen freuen. Wenn nicht, dann trotzdem eine positive Bewertung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein. Tschüss. Ciao.